Ab heute sparst du 16% auf unser gesamtes Sortiment und nicht nur das, wir haben auch neue Produkte für dich. Als allererstes starten wir mit der langersehnten Trense Contour im Miklim-Stil. Diese anatomische Trense wurde entwickelt, um eine ideale Jochbad-Freiheit zu gewährleisten und die Reizung der empfindlichen Gesichtsserven deines Pferdes zu vermeiden. Für die perfekte Passform kann diese Trense an drei verschiedenen Stellen verstellt und angepasst werden. Und zwar einmal hier im Gesamten am Ginnigriemen, dann am Nasenriemen und letztendlich auch hier am Gebüskim. Als nächstes haben wir hier unser neues Trense-Modell Fashion. Und auch in der Entwicklung dieser Trense stand die Anatomie deines Pferdes im Vordergrund. Der Nasenriemen wurde so konzipiert, dass dieser etwas tiefer sitzt, um die Gesichtsserven auszusparen, aber hoch genug, um nicht am empfindlichen Teil des Nasenbeins zu liegen. Der Schnitt spart sowohl das Jochbein aus und gibt zugleich dem Gebüskrim genügend Platz, damit nichts in die Quelle kommt. Zu guter Letzt stellen wir euch einen neuen Limited-Stirnriemen in einer Farbe vor, die sich in letzter Zeit häufiger gewünscht wurde. Passend zum Frühling präsentieren wir euch den Mystic Green, einem Stirnriemen mit einem grünen Farbverlauf.